Und ich sollte vielleicht sicherheitshalber mal hier einen speichern. Auch nicht, dass es irgendwann aus Versehen abstürzt. Das wäre unpraktisch. Ja, also grundlegend sollte ich mit den Zwergen jetzt erstmal Steine sammeln und mich mit den Elfen aufbauen. Nicht half zur Ehre. Ja, vorwärts. Also natürlich mit den Zwergen jetzt erstmal die Ressourcengebäude soweit, bis auf das Nahrungssammeln. So, eine Jägergilde wäre auch noch nicht verkehrt. Das ist ein Jagdhaus, das ist eine Jägergilde. Ja, also mit den Zwergen. Das ist ein Jagdhaus. Ich höre in das Spiel. Wobei ihr... Hier hinten das mittlere Haupthaus irgendwo hin klatschen könnt. Mach ruhig da so hin. Ihr könnt mit dem Lenias sammeln anfangen. Lenias sammler ist hier. So, da brauchen wir noch mal sieben, weil wir brauchen fünf Förster dann nachher. Irgendwann. Wenn sie genug abgeholzt haben, die werden währenddessen zusammen mit den zwei... Also für die Waffenkammer und die... Die Rune ruft? Na, ein Feenhaus... Nee, ein Feenhaus ist ja richtig dicht. Ich beschrecke mich da lieber auf die zwergischen... Units. Eine Einheit wurde aufgewertet. Das ist nicht weit. So, okay. Also fangen wir erst einmal mit... Den dreien hier an. Das Gebäude ist fertig. Und los! Wo errichte ich dich am besten? Da will ich dich nämlich nicht hinsetzen. Da setze ich dich mal hier hin. So. Ändter. Die Zierknege. So. Du kannst ihn an. Du kannst auch die Zierknege. Gez. Oh, du kannst schon mal hier hin. Du kannst dir die Zierknege. philosophisch. Du kannst du musst. Das Bauwerk ist vollendet. Okay, der ist fertig. Können wir als nächstes noch die Schule der Alten errichten? Die können wir dann ruhig... Hier beim Nenier errichten? Nö. Die könnten wir da errichten, wo die hier gerade steht. Also hier. Und dann fehlt nur noch das Waffenlager. Ja, dann sind die soweit. Ach ja, ihr seid fertig. Das heißt, als nächstes brauchen wir eine Mondsilvermine. Einfach mal hier hin. Also auch wieder direkt in den Weg. So, ein Eisenlager. Ist riesig, ja. Auf der Stelle. Damit hätten wir schon mal die Gebäude von den Elfen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Gibt es Arbeit? Wird gemacht. So, hier kommen jetzt die großen Haupthäuser noch hin. Eine Einheit wurde aufgewertet. Das wird ein Meisterwerk. Also ja, erstmal das große Haupthaus errichten. Also ja, hier ist genug Platz noch für die Zwergennahrung. Gut, so. Dann errichtet ihr auch mal ein großes Haupthaus. Was zur Hölle war das? Was wollte die jagen? Die Rune ruft dorthin. Rasch! Passt auf. Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Das ist jetzt nicht gut. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Schlag sie zurück. Schlag sie zurück. Schließt sie rein. Schlag sie zurück. Schlag sie zurück. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt lade. Gott, sind wir da noch am Anfang, ey. Aber das hat mich gelehrt, dass ich die Jagdhütte nicht dahin stelle. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht alles kaputt gemacht, was die Gegner angeht. Das wird ein Meisterwerk. Das wird ein Meisterwerk. Das wird ein Meisterwerk. Das ist nicht schön gewesen. Meine heilige Pflicht. Das ist nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht mehr. Ich habe eine Angriffen. Das ist nicht mehr. Ich habe eine Angriffen. dorthin das bauwerk ist vollendet so Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste.